380 Millionen Euro, ein riesiges Shoppingcenter und der größte Deal in der Geschichte des Unternehmens. Damit hat die Deutsche Euroshop vor wenigen Wochen für Aufsehen gesorgt. Ein Deal, der nicht ganz unumstritten ist. Grund genug für uns, mal tiefer einzusteigen in die Wachstums- und Finanzierungsstrategie dieses Unternehmens. Heute bei uns zu Gast im Studio ist der CFO der Deutschen Euroshop. Herzlich willkommen, Olaf Borkas. Dankeschön. Sie haben dieses Investment in Brünn gemacht, in Tschechien. Sie haben das Olympia-Einkaufszentrum übernommen für über 380 Millionen Euro. Bekannt gefragt, kann man nur noch im Osten gescheite Immobiliendeals machen? Nein, man kann sicherlich auch in Deutschland, dort wo wir primär tätig sind, gute Geschäfte machen. Aber wir sind in der Auswahl der Investments natürlich sehr selektiv, schauen auf den NOI, auf die Yields, die wir dort bekommen können, haben uns auch unter Grenzen gesetzt. Und wenn wir sehen, dass wir in Brünn in der Tschechischen Republik dort mit großen Wachstumszahlen ein NOI Yield von 5,1 Prozent erzielen können, dann ist das für uns auch ein bisschen attraktiver. Also wenn wir in Deutschland ein Shoppingcenter kaufen mit einer NOI Yield, die deutlich unter 5 Prozent liegt und von der wir glauben, dass die Wachstumschancen nicht so gut sind wie in einem Shoppingcenter in Brünn, sprich hier in der tschechischen Republik. Das ist auch der Grund, warum Sie in Deutschland so wenig gemacht haben in den letzten Jahren, die Renditeanforderungen, die nicht erfüllt worden sind. Warum ist es jetzt so, dass plötzlich in Tschechien diese Renditeanforderungen erfüllt werden? Liegt es am Länderrisiko? Ist das Shoppingcenter marode oder warum kriegen Sie da plötzlich über 5 Prozent Yield? Wir sprechen eher über absolute Zahlen. Wir hatten lange Zeit ein sehr strenges Kriterium, mindestens 5,5 Prozent net initial Yield. Das haben wir seit mehreren Jahren in Deutschland nicht mehr erreicht. Das hat einfach dazu geführt, dass unser letztes Investment aus November 2012, wo wir ein ganzes Shoppingcenter gekauft haben, das Heroicenter in Norderstädt schon, viele Jahre her ist. Wir haben dann gesehen, dass wir mit diesem strengen Kriterium in Deutschland nicht weiter aktiv werden können, weil die Preise immer weiter gestiegen sind, die jetzt entsprechend gefallen und haben vier Jahre nichts gekauft, bis wir dann im Oktober 2016 50 Prozent Anteil verkaufen konnten an einem Shoppingcenter im Saarland. Das war ein gutes Investment. NOI Yield auch hier 5,1 Prozent hat auch damit zu tun, dass wir nicht in einem Bieterverfahren waren. Das ist der übliche Prozess. Ein Shoppingcenter wird ausgeschrieben, die bewerben sich und der, der den höchsten Preis bezahlt, ist derjenige, der das Objekt bekommt. Warum ist ein Brünner Yield so hoch? Das ist natürlich, wir sind in einem, nicht in Deutschland. Die politische und auch wirtschaftliche Stabilität ist nicht die gleiche, wie wir sie in Deutschland haben. Die Rahmenbedingungen sind andere. Und das führt einfach dazu, dass Preise geringer sind und Yields entsprechend höher. Aber auch hier, wir müssen sehr, sehr selektiv sein. Wir hätten nicht jedes Shoppingcenter in der Tschechischen Republik gekauft. Es ist ein sehr großes Center. Die Wettbewerbssituation ist begrenzt. Und wir sehen aus der Mieterstruktur, dass wir dort auch in den nächsten Jahren Wachstum erwarten dürfen. Sie haben fast die Hälfte des Kaufpreises über eine Kapitalerhöhung refinanziert. Gerade vor dem Hintergrund dessen, was Sie gesagt haben, dass Sie kaum Investments finden, hat das bei manchen Investoren für Stirnrunzeln gesorgt. Warum haben Sie Ihre Kasse wieder so voll gemacht, wenn Sie kaum M&A-Aktivitäten machen? Für uns ist es eines der größten Investments. Der Kaufpreis war 375 Millionen Euro. Sie haben es gesagt, das Gesamtinvestment 382 Millionen Euro. Also, ein solches Investment rein fremd zu finanzieren, wie es möglicherweise unser Loan-to-Value, sprich unsere Bilanz erlaubt hätte, wäre denkbar, würde aber das Risikoprofil für dieses Investment und auch für die Gesellschaft verändern. Sie wissen, dass wir grundsätzlich jedes Investment mit etwa 50 Prozent Eigenkapital, 50 Prozent Fremdkapital finanzieren. Hier sind wir ein bisschen mutiger gewesen, haben mit 60 Prozent Fremdkapital und nur 40 Prozent Eigenkapital gearbeitet. Aber aus der Finanzierungsstruktur heraus, die immer noch sehr konservativ ist, glauben wir, dass wir hier nach wie vor ein konservatives Investment haben und dafür eben auch Eigenkapital eingeworben haben. Jetzt wird sich Ihre Bilanz wahrscheinlich noch ein bisschen verbessern im Laufe des Jahres. Eine Wandelanleihe wird fällig über 100 Millionen Euro, die, so wie es aussieht, ziemlich sicher gewandelt werden wird. Das ist ja im Prinzip eine Form der Kapitalerhöhung, die hätten Sie ja eigentlich auch abwarten können. Beziehungsweise anders gefragt, wenn jetzt im Herbst der Wandlei gewandelt wird, dann haben Sie auf einmal zu viel Equity in der Bilanz, oder? Ja, ich glaube, zu viel hat man nie. Wir haben jetzt in der Tat ein Loan-to-Value, der liegt bei rund 35 Prozent. Damit sind wir im deutschen Vergleich sehr konservativ, im internationalen Vergleich, aber sind wir auf einem ganz üblichen Niveau. Sie dürfen auch nicht vergessen, dass natürlich dieser Loan-to-Value auch beeinflusst ist von Werterhöhungen, die wir auch gerade insbesondere in den letzten zwei Jahren in Deutschland gesehen haben, damit eben auch in unseren Bilanzen und in LTV gedrückt haben. Niemand weiß, ob es immer so bleiben wird. Ich spreche nochmal kurz über die Operations. Die geben ja auch zumindest ein bisschen Anlass zur Besorgnis. Ihre größte Mieterkruppe in den Shopping-Centern sind Modehändler. So gut wie jeder große Modehändler ist gerade dabei, das Store-Netzwerk auszudünnen und Läden zu schließen. Das könnte Sie auch treffen. Ist das ein Problem für die deutsche Euro-Shoppen? Wenn ja, wie groß? Es ist kein Problem. Wir machen uns auch nicht die Sorgen, wie Sie sie gerade genannt haben. Wir sehen in der Tat, dass es schwieriger wird, Mieten neu zu verhandeln, beziehungsweise das gleiche Niveau zu halten. Das betrifft primär die Textileinzelhändler, sehen wir aber auch in den anderen Branchen. Also die Verhandlungen mit Mietern dauern heute länger. Und das erste Quartal 2017 hat gezeigt, dass wir mit einem stabilen Mietniveau, keine Steigung, aber auch keine Senkung, hier den Effekt sehen, dass wir keine Mietsteigen sehen können. Wir sehen eine starke Veränderung in der Einzelhandelslandschaft. In der Tat, das wird dazu führen, dass einzelne Läden verkleinert werden sollen. Nicht alle Einzelhändler werden Mietverträge erneuern. Dafür gibt es auch neue Konzepte aus dem Ausland. Skandinavier sind sehr interessiert, in Deutschland aktiv zu sein. Auch aus Polen sehen wir Einzelhändler, die eben dann entsprechende Flächen übernehmen. Aber natürlich, das Mietwachstum ist in jedem Fall begrenzt. Helfen tut uns wieder hier die Finanzierung. Auch das haben wir im ersten Quartal endlich gesehen. Wir haben die Zinskosten von durchschnittlich 3,7 Prozent auf rund 3 Prozent gesenkt. Das bedeutet, nachdem wir im letzten Jahr bereits 3 Millionen Zinsaufwendungen, Zinskosten reduziert haben, im Jahr 2015 2 Millionen. Im ersten Quartal 2017 1 Million. Ist das etwas, was unserem Ergebnis natürlich sehr, sehr gut tut. Und ich glaube, 3 Prozent ist immer noch recht hohes Zinsniveau. Da werden wir in den nächsten Jahren auch noch Verbesserungen sehen. Ich frage gar nicht mehr nach nach der Bilanzstruktur. Sie haben jetzt gut erklärt, warum Sie da konservativ unterwegs sind. Zum Schluss noch drei andere Fragen, und zwar die von Finance TV mit der Bitte um die ganz kurze Antwort. Gerne Ja oder Nein. Die erste Frage nochmal zu Brünn. Sind die 380 Millionen Euro, die Sie für diesen Deal investiert haben, das Maximum dessen, was Sie bereit wären, in einen einzelnen Deal zu investieren? Ja. Die zweite Frage. Ist der Olympia-Deal ein Signal dafür, dass Sie in Sachen Neuinvestments offensiver geworden sind als in den vergangenen Jahren? Nein. Und die dritte Frage. Hoffen Sie auf eine Zinswende, um wieder an bessere M&A-Gelegenheiten heranzukommen? Nein. Aber da kann man ja erwarten, dass es bei Ihnen so ein bisschen weitergeht. Ab und zu ein größerer Deal, aber immer mit Vorsicht und dem Fuß über der Bremse. Danke, dass Sie uns ein bisschen Einblick gegeben haben, Olaf Borkas. Danke Ihnen auch fürs Zuschauen. Das war es für heute bei Finance TV. Nächste Woche starten wir wieder mit einem CFO-Unterview. Dann ist Thomas Töpfer da von Kion. Der spricht auch über M&A-Finanzierung und was sich sonst so tut bei dem Unternehmen. Schauen Sie rein. Wir würden uns freuen. Bis dahin, eine gute Zeit. Bleiben Sie uns gewogen. Untertitelung. Untertitelung.